Hallo und herzlich willkommen zurück zu Against the Storm. Weiter geht es hier in unserem kleinen süßen Urwald der gefährlichen Lichtungen. Du bist gebaut, sehr schön. Du da rein, so jetzt pass auf. Mehl wird produziert, ne? Ja, aber auch nur... Nur widerwillig, ne? Wobei, Pigment brauche ich nicht. Oder? Weiß ich nicht. Also im Moment brauche ich es nicht. Ich brauche Stein. Ich brauche Stein. Nichts anderes, nur Stein. So, du bist da. Dann könnte ich doch hier die zwei Häuser abreißen da und dann hier oben hinsetzen. Das ist ein Lehm, ich brauche... Ach, ist doch nicht wahr, ey. Ja, nee, 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 nee. Ich brauche Stein. Oh, oh mein Gott. Du da rein. Die schiebe ich da hoch. Obdachlos habe ich keine, ne? Nein, sehr schön. Oh. Du hier alles rausreißen, so. Du musst hier alles rausreißen. Dann muss ich hier. Hatte ich doch irgendwo noch. Da ist ne Fläche. Sicherer Hafen, Gewürzel, Kräuter und Wurzelprofen. Nehmen wir das. So. Auch da los habe ich immer noch keine. Sehr schön. Du musst auch raus. Dann gehen wir da rein. Kräutersammler. Den kannst du nirgendwo hinsetzen, ne? Ich kann den nirgendwo hinsetzen. Dann setze ich den erstmal da hin. Da brauchst du auch den Nahrungssammellager. Ich habe keine Zahnräder mehr. Ja, sehr schön. Ich habe keine Zahnräder mehr. Öl. Oh, ich brauche Öl. Kann ich das nicht einkaufen? Ich will das einkaufen, nicht verkaufen. Ja, ne, ja, ne. So. Wenig Nahrung. Ich weiß. Da ist offen. Da ist offen. Offenes Gewölbe. Da, ne, hier. Äh, bedrohliches Flüstern aus dem Verlies. Hatten wir schon alles. Hatten wir schon alles. So, jetzt bist du dran. Was kannst du mir bieten? Äh, äh, gar nichts. Ich brauche Öl. Oder Stein. Brauchst gar nichts, ne? Gar nichts. So, da kannst du hier sammeln. So. Da kann ich nichts machen. Dann bin ich. Wo war der Nächste? Der Nächste, der Nächste. Der war da. Genau. Da kriege ich... Oh, guck mal. Da kriege ich Stein. Das ist doch sehr schön. Du gehst erstmal hier hoch. Dahin. So. Du gehst dahin. Du gehst da rein. Damit du hier mal... platzen kannst. Das habe ich hier. Untersuchen. Untersuchen. So. Oh, 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 oh. Öl. Ich brauche Öl, irgendwas. Irgendwie sowas. Da hab ich auch noch, ne? Grill. Bier, kupferbare Fleischspieße. Öl, ne Presse. Ich hab ne Presse, die baue ich direkt. Die baue ich direkt. Da hin. Da hin. Die muss ich auch wieder hochdrücken hier, ne? Die Biber. Kekse. Gemüse. Ich muss irgendwo her, muss ich doch Gemüse und alles kriegen. Na, Ranch wär auch nicht verkehrt, ne? Getreide, Gemüse. Ähm, hab ich hier noch irgendwo ein paar freie Arbeiter? Die sind gleich fertig. Kräutersammler, den kann ich da oben irgendwo hinpacken, genau. Den kann ich doch hier reinpacken. Wenn ich denn genug Leute hätte. So, packe ich die da rein. Ich hab keine freien Arbeiter im Moment, ne? Wir haben keine freien Arbeiter. So, den da rein. Dich fütter ich nur damit. Eier brauche ich nicht. Ich bräuchte ne kleine Dings hier, ne? Ne Kräuterfarm oder so. Irgendwie sowas bräuchte ich. So, der ist fertig. Der ist fertig. Da müsste doch eigentlich ne Mine drauf passen, oder? Ne, auch nicht. Da muss ich die Reputationspunkte nehmen. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Weil ich das Öl habe und die Straßen, ne? Dann wäsch ich mal ein ganzes Stück weiter. Die Öl und die Straßen, wenn ich die hätte. Seltsame Lichter, Waldereignis bedingt. Und die Leute berichten, dass sie im Wald seltsame Erscheinungen gesehen haben. Sie brauchen etwas, um ihre Gedanken zu beruhigen. Wohnraum, komplexe Nahrung. Komplexe Nahrung. Was verstehen wir denn unter komplexe Nahrung? Das müsste mir mal einer erklären. Nee, 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 nee. Also Mehl hab ich, ne? Was mir fehlt, sind Kräuter. Kannibalismus, Gebetsbuch, Insekten. Ja, komm. Nehmen wir den. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Habe ich nicht. Ja, und Dürfen, das kriegt er auch nicht. Guck mal, den hab ich gleich fertig. Sehr schön. Sehr schön. Kekse, wenn ich Kekse jetzt noch hätte und die Biber Entschlossenheit. Dann wäre ich fast. So, jetzt lasse ich gucken, was brauche ich? Kekse. Ich bräuchte eine Farm. Nahrungssammellager. Schenke, Erkundungshütte. Wein, komm, nehmen wir den Weinkeller. Nehmen wir den Weinkeller. Dann bauen wir den hier hin. So. Dann bauen wir den da hin. Nahrungssammellager. Ja, hätten wir auch. Ja, danke. Danke, Spiel. Danke. Danke, danke, danke. Da setzt man das nur alles hier raus. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Dann baue ich nämlich jetzt hier eine Speicher rein. Dann brauchen die nicht so weit laufen. Dann brauchen die nämlich nicht so weit laufen. Sehr gut. Ähm, hab ich. So. Dann kriegen wir das nämlich auch alles. Eingelegte Nahrung und so, ne? Eine Kräuterfarm wäre nicht schlecht. Eine Kräuterfarm. Da geht nicht. Die muss ich echt hier hinbauen dann, ne? Wobei, da würde gehen wieder, ne? Was ist denn, Mensch, die hier? Hier unten, Dach. Öl habe ich. Ich brauche Stein. Guck mal. Das kannst du mir schon mal verkaufen. Für jede Produktion von 10 Bären erhältst du 2... Ne. Nichts wird verschwendet. Für jede Produktion von 10 Keramik erhältst du 2 Ziegel. Auf jeden Ertrag erhältst du zusätzlich Fässer. Ja, sehr schön. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Die nehme ich auch mit. Dann habe ich nämlich die Dürrfleisch und Kekse. Dann habe ich nämlich die Dürrfleisch und Kekse. Dürrfleisch und Kekse. Dürrfleisch und Kekse. Weil ich absolut nicht weiterkomme hier. Du bist da dran. Du bist da dran. Sehr schön. Guck mal. Straßen habe ich auch. Ja wunderbar. Wo ist denn hier mein Holzfäller? Da ist mein Holzfäller. Mach mal da auf. Mach da mal auf. Sei mal so lieb. Ich habe kein Getreide. Keine Wurzeln. Ich komme einfach nicht weiter. Weil ich nichts habe. verfügbar betroffen. Mir fehlt eine kleine Farm. Mir fehlt alles. Mir fehlt alles. Geh mal da rein. Dann müssen wir die Reputationspunkte hier über die Dings holen. Geht ja nicht anders. Ich habe kein Fleisch. Ich habe kein Fleisch. Kleines Trappalager kann ich auch nicht machen. Weil mir da die Dings fehlen. Da kriege ich Bären. Weil ich könnte schon fast ein zweites hinsetzen. Guck mal. Ja. Ich weiß. Freutasammler. Komm. Bauen wir hier noch ein zweites hin. Bauen wir da noch ein zweites hin. Achimistenhütte. Ja. Sehr schön. Was haben wir hier? Weil drauf. Oh ja. Geht nicht anders. Ich muss da rein. Achimistenhütte. Achimistenhütte. Was habe ich hier? Da gibt es auch noch einen halben Punkt. Ja. Sehr schön. Dann gebe ich da auch noch mal einen halben Punkt. Sehr schön. Können wir hier mal. Guck mal hier. Wenig Nahrung. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich kann nichts machen. Ach, ich habe keine Zahnräder, ne? Ja. Ich habe keine Zahnräder. Das, das. Kann ich hier noch irgendwas handeln? Handelswege. Guck mal. Öl kann ich verkaufen. Habe ich weg. Ich habe keinen Stein. Füllfettig. Ne. Kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Komplexe Nahrung, komplexe Nahrung. Dann müssen die doch hier gleich fertig sein, oder? Du hast auch nichts mehr. Ähm. Gemüse, Lehmeneffekte. Das. Hier ist auch nichts, ne? Ne. Dann setze ich dich erst mal da rein. Hol dich raus. Fehlt mir auch das Dings hier. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Warum denn auch? Ja, ich weiß. Ich habe kein Getreide, ne? Schaden für Mehl, kein Getreide. Und abfieh mir die Kekse, abfieh mir die Beeren. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 wahnsinn. Mein Händchen juckt. Zu wenig Nahrung. Ja, ich weiß. Ich weiß. Öl habe ich jetzt, ne? Kann ich die doch eigentlich ausstellen, oder nicht? Ja. Das raus. Das geht auch nicht. Und wenn der hier fertig ist, fehlt nicht mehr viel. Fehlt nicht mehr viel. Mir fehlen nur die Kekse. Mir fehlen nur die Kekse. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und kannst du da abholzen. Du kannst hier weitermachen. Die nimmst du auch noch mit. Erntelager, ne? Hat dich doch hier auch noch irgendwo eins stehen. Deines Trappalager. Hatte ich nicht? Hatte ich hier kein Erntelager stehen? Na, Mensch. Wann gehst du da rein? Ich habe ja noch einen Haufen Obdachlose hier. Das sehe ich ja jetzt erst. Ähm, ähm, ähm. Was kann ich denn auch gebrauchen? Mäntel könnte ich noch gebrauchen. 180. Okay. Das kaufen wir. Das Bier kaufen wir. Weihrauch können wir kaufen. Wobei, Weihrauch brauche ich nicht, ne? Weihrauch brauche ich nicht. Kosmetiker können wir gebrauchen. Wobei, davon habe ich auch genug, ne? Die brauche ich auch nicht. Wein. Wein. Dann nehmen wir den Juten Wein. Meine Finger kribbeln. Meine Finger kribbeln. Das ist blöd, dass ich hier nicht einkaufen kann. Das ärgert mich ein bisschen. Das ärgert mich ein bisschen. Du bist auch weg. Sehr schön. Das heißt, ich müsste ja dann den umziehen da oben rein, ne? So. Dann geht die Runde ein bisschen länger. Weil wir nicht mehr viel brauchen. Und es wäre schwachsinnig, wenn ich jetzt für ein paar Minuten jetzt hier noch eine Folge anschmeiße. Dann baue ich lieber hier noch ein bisschen weiter. Ähm, kleine Farm. Könnte ich da hinsetzen, ne? Dann habe ich die da auch. Ach, guck mal. Dörrfleischkekse. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gefährliche Länder. Stinkend reich. Handelwahn im Band von 3000 Bernstein. Ja, moin. Sehr schön. Gefährliche Länder. Ich bin erster. Schön. Taten. Das nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Wunderbar. Upgrades. Können wir auch kaufen. Du erhältst da auch... Ne, will ich... Ich wollte hier oben, ne? Den habe ich. Was wäre das? Du erhältst da auch auf Minus 2 auf die Geschwindigkeit mit der Ungeduld, die... Nehmen wir den mit. So, jetzt können wir sowieso nichts machen. Bei unserem Brot fehlt. Dann... Einmal hier drauf. Zyklus beenden. Beenden den Zyklus. Ah, wunderbar. Und lass jucken. Das ist so genial, das Spiel. Das ist so genial. Das ist meiner. Dann fangen wir die nächste Runde hier. Siedlungsruine. Siedlungsruine. Fangen wir da an, oder? Geh ich hier rein. Ja. Gehen wir die nächste Runde. Gehen wir dann da rein. Wunderbar. Genau. So machen wir das. Genau. Komm ich hier nochmal raus, Jan, ne? Dann habe ich nämlich die beiden Modifikatoren. Die Sümpfe. Ja, Sümpfe war ich. Taten. Die kann ich... Ach doch, guck mal da. Da kann ich ja... Da, ich habe ja noch ein bisschen bekommen. Ich habe ja noch ein bisschen bekommen. Die habe ich alle, ne? 24, 30, 36, hier unten habe ich alles fertig, ne? Da. Ja, die sind alle. Da brauchen wir noch ein bisschen Brot für. Da brauchen wir noch ein bisschen Brot für. Und das machen wir alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.